Leute, ich hab hier sein Handy. Ich klau das jetzt. Ja, ja, sonst mach ich ihn kurz alleine. Mach du, mach. Ich hab hier kurz sein Handy, ne? Ja, aber so krass ist die Aussicht ja hier gar nicht. Wenigstens hast du cool Merch an. Hä? Ich darf euch rechtzeitig begrüßen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute wird's richtig krass und heute wird iCrymax und ich einfach mal Deutschland verlassen, Leute. Er ist gerade schon auf dem Weg zu mir mit einem richtig krassen Shuttlebus. Er meint, Marvin, ey, ich hab eine krasse Überraschung für dich. Ich war mir mal gespannt. Lasst jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Ein paar kostenloses Abo, Leute. Der muss jetzt irgendwie noch eine Stunde zu mir hierher fahren. Ich hab hier auch schon meine Sachen gepackt, hab hier heute im Hotel geschlafen. Und ja, das sind so meine Sachen, die ich alle am Start habe. Kamera, etc., alles dabei. Also, es wird ein sehr leiser Vlog. Lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo, falls ihr mich getan habt. Und ich würd sagen, warten einfach mal, bis Max hier gleich kommt und mich abholt. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr, womit werden wir von Max abgeholt? Also, ich bin gespannt. Alle jetzt unten in die Kommentare schreiben. Er hat mir gerade geschrieben, er ist in zwei Minuten da. Jetzt warten wir erst mal hier, bis er da ist. Aber ich glaub, da kommt doch schon. Ey, Max, hier bin ich. Hallo? Ey, der fährt einfach weiter. Max, das sind Paulberger Brüder. Oh mein Gott, ich glaub, das ist halt Digga, was ist das denn für ein krasses Ding? Junge, mit sowas holt ihr uns ab hier. Oh mein Gott. Schaut euch mal den Chauffeur da drin an. Digga, das ist ja geisteskrank, Leute. Das ist ja richtig fett. Oh mein Gott. Digga, ich dachte, der kommt irgendwie mit einem Transporter oder so und holt uns ab. Ey, das ist ja unfassbar. Leute, wir haben auch so einen richtigen Fahrer hier noch am Start. Hallo? Kann ich das geben? Geht das beides? Ja, ja. Geht sehr gut. Sollen wir mal sagen, guck mal, ob Max da ist. Ey. Was geht? Alter, was hast du denn hier organisiert? Bruder, das ist ja geisteskrank, ey. Paulberger Limo. Du bist eine Maschine. Ich würd sagen, ich komm mal auf die andere Seite rüber. Richtig geil. Alter, Leute, schaut euch mal diese Griffe an. Das ist ja geisteskrank, ey. Richtig. Boah, Leute. Das ist ja unnormal hier. Ja, Max, ey, du hast echt übertrieben, ey. Klar. Ich dachte, du bekommst den Roller da vorne angefahren, der da grad fährt. Ja, sehr nice. So, Leute, wir sind jetzt hier grad bei der Fahrt und fahren. Ich hab jetzt übrigens grad hier so Sitzheizung angestellt. Man sitzt hier wie so Präsident, sag ich euch. Wir müssen noch 375 Kilometer fahren. Wir fahren echt schon ultralange. Und Max ist einfach grad langweilig. Max, was machst du da? Oh, ich spiele Minecraft, Alter. Ja, ich spiele einfach Minecraft. Max sitzt hier auch wie so ein Präsident, ey. Also wirklich, ey, schaut euch das mal an. Also richtig geil. Er kann einfach Minecraft zocken. Ja, aber. Und wie ist es? Oh, beste. Minecraft immer gut. Ja. Ey, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch gerne mal so Minecraft spielen wollt bei der Autofahrt. So, Leute. Max hat gerade was entdeckt. Max, was hast du denn? Oh, das Ding ist, man kann hier sogar einfach Massagen dran machen. Geisteskrank, ey. Voll entspannt. Macht bei dir auch mal an? Ja, ihr habt schon an. Ich bin deactivating-musser. Die ist krass. Auch Leute, guckt euch mal so diese Anschnallgulter an. Das Ding ist, die Leute können uns auch gar nicht sehen. Wir haben auch eben schon hier gegessen. Max hat mehr Beinfreiheit als in jedem Flugzeug. Das ist echt richtig nice. Wie viele Kilometer müssen wir noch fahren? 280. Genau. Dann sind wir endlich da. Oh, Leute, guck mal, alles von der Polizei da drüben. So, Leute. Wir sind jetzt gleich in Österreich. Und zwar müssen wir jetzt erstmal noch mal kurz so eine Vignette kaufen, damit wir so ins Land reinfahren können. Max ist gerade dabei. Der tut ja gerade noch den letzten Feinstift machen von seinem Fundmail. Ja, ein Video geht gleich online. Sehr cool, Leute. Checkt's unbedingt ab. Ich werde euch das Video unten verlinken. Also unbedingt angucken. Schreibt mal Hashtag Paulberger unten in die Kommentare. Sehr cool. Max, das machst du super. Hier wird noch selber Hand angelegt. Und wie lebt es dir so als Präsident hinten zu sitzen? Ja, es gibt schlechtere. Ja. Also, Leute. Let's go. Wir gehen jetzt das Teil kaufen. So, Leute. Wir waren jetzt aus Deutschland raus und sind jetzt in Österreich. Max, wie fühlst du dich so nach fünf Stunden Fahrt? Ich fühl mich sehr gut. Top hier. Ja, Leute. Es ist echt richtig geil hier. Das Wetter ist auch top. Kann ich euch nur empfehlen. Kommt mal gerne vorbei. So, Leute. Wir sind jetzt angekommen. Ey, wir sind jetzt... Sechs Stunden. Ja. Aber langsam hält man es doch ein bisschen, oder, Max? Ja, also langsam. Man wird doch kaputt. Dann lass mal gucken, Leute. Wir zeigen euch jetzt unser Hotel. Richtig nice. Dankeschön. Schaut euch mal diesen Ausblick hier an. Boah. Ist doch ganz schön schön, muss ich sagen, hier. Österreich. Lange war ich nicht mehr hier. Das wird unser Hotel sein. Sehr cool. Dann würde ich sagen, packen wir jetzt erstmal unsere Koffer. Checken mal ein. Dann gucken wir uns mal das Zimmer an, wie das so aussieht. Wie das so sein wird. Hier mit dem Auto sind wir übrigens gefahren. Also, so sieht das aus, Leute. Ist auch echt ein schicker Wagen. Gefällt mir. Vor allem, ey, meine Massagefunktion. Echt super. Mein Rücken. Super ausgeklungen bin ich jetzt. Und jetzt gehen wir mal rein in das schöne Hotel. So, Freunde. Ich zeige euch jetzt das alles. Mein Zimmer. Übrigens, kurz geht raus an Max. Er hat das alles organisiert. Er zahlt mir das Zimmer sogar. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wir werden uns gleich noch nach Max sein Zimmer angucken. Let's go. So, erster Blick. Mein Gepäck ist schon drin, ne? Ja, sehr nice. Wow. Hier so schöne Pompons drauf. Sehr nice. Können wir gleich mal gucken. Oh mein Gott. Das ist ja fett hier. Der Lichtschalter hier. Gibt es hier keinen Lichtschalter? Doch, doch. So, Leute. Schaut mal. Ja, muss ich sagen. Gefällt mir. Roomtour. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Zimmer findet. Komm, wir gucken mal ganz kurz raus. Das ist der Ausblick, den wir haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Max und gucken mal, wie sein Zimmer aussieht. Aber vorher würde ich sagen, machen wir noch einen richtig krassen Bettsprung, Leute. Ich spring jetzt hier voll aufs Bett. So, Leute. Im Zimmer sind wir eingecheckt. Wir werden jetzt kurz einkaufen hier. Max hat sich auch was gegönnt. Ja, klar. Der trägt hier die dicken Wasserflaschen, Leute. Ey, wir sind hier irgendwo in irgendeinem Kuhdorf. Guckt euch das mal an hier, ey. Wir haben uns schon dreimal verlaufen. Das Ding hier ist einfach, Leute. Ihr kommt nicht mal die Karten-App richtig, ne? Also irgendwie, das sagt ihr die ganze Zeit. Wir sollen hier irgendwo durch irgendwelche Wälder laufen. Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Ja, hoffentlich. Das ist echt. Leute, hier ist ganz schlimm, sag ich euch. So, Freunde. Ich bin jetzt wieder da vom Einkaufen und ich habe mir was geisteskrankes überlegt. Und zwar, ich werde jetzt Max pranken. Ich habe hier noch so ein iPhone 15, Leute. Und ich werde das iPhone jetzt einfach... Also ich werde gleich... Wir gucken uns gleich sein Zimmer an. Würde sagen so, jo, Max, kannst du mir kurz dein Handy geben? Und Leute, ich werde das Handy einfach aus dem Fenster schmeißen. Natürlich das hier, das iPhone 15. Und dann wird der bestimmt richtig ausrasten. Wird der runterlaufen und so. Digga, es wird geisteskrank. Deswegen würde ich sagen, let's go. Wir gehen jetzt mal zu Max und schauen uns mal einfach sein Zimmer an. Wie das so ist. Also Leute, let's go. Wir gehen jetzt zu Max. Es wird geisteskrank dieser Prank. Hoffentlich wird er nicht richtig ausrasten, wenn ich da das iPhone 15 von ihm runterfalle. Also er denkt, dass es sein ist, aber es ist nicht sein iPhone. Let's go. Wir gehen erst mal gucken, wo wir ihn jetzt hier finden. Hoffentlich warte auf. Jo, Max, was geht? Moin, alles klar bei dir? Soll ich dir meine krasse Bude zeigen? Ja, zeig mal. Lass mal sehen. Soll ich Schuhe ausziehen? Alles gut, kein Problem. Okay, dann zeig mal. Ja, also das ist mein krasses Zimmer jetzt hier. Boah, cool. Ey, das ist echt fett mit dem Fernseher. Ja, gerne. Oha, sehr nice sieht es hier aus. Oh, auch schon die Sachen in den Schrank gehangen hier. Oh, hast du schon... Können wir dein Badezimmer mal sehen? Ich zeig dir dein Badezimmer mal. Wir fangen mal ganz fort. Ja, okay, komm. Genau, Max. Also wie gesagt, hast du schon gesehen? Hier ein Ankleidezimmer. Ja. Dann haben wir hier eine Mini-Bar. Kühlschrank. Ja, sehr nice. Wichtig. Dann haben wir hier sogar einen Tresor, Leute. Sehr cool. Hier auch noch mal einen Schrank. Krassen fetten Flatscreen haben wir hier. Kaffeemaschine. Ja. Wichtig. Guckt dir mal bitte den geisteskranken Ausblick an. Oha, ja, das ist sehr gut. Da können wir gleich mal gucken. Ja. Dann kommen wir noch zum Badezimmer. Ja. Oha, das ist krass. Ey, das ist viel größer als mein Zimmer. Echt jetzt? Jaja, also, it's no joke. Klar. Du hast ein krasseres Zimmer. Leute, schreibt mir in die Kommentare, welches finde ich besser. Und da hast du deine Kulturtasche. Ja, da ist schon ein ganzes Zeug drin, was man so braucht. Was ist dein Favorite-Duft? Kannst du mal kurz zeigen für die Leute? Boah, das ist echt... Ich hasse das, mein Parfüm zu zeigen. Dürfe ich das nicht sehen? Nein, aber das Ding ist... Ja? Mein Parfüm... Dann riechen alle Leute gleich, ne? Nein, pass auf, das ist so ein Ding. Ich hab das nämlich gerade erst für mich entdeckt. Ach so. Und selbst bei Freunden, ne? Ich sag nicht, was ich für ein Parfüm-Duft hab. Weil jedes Mal bis jetzt, seit 2017, oder seit ich mir Parfüm kaufe, jedes Mal ist das irgendwann so ein Hype-Duft geworden. Weißt du, wo jeder hatte. Deswegen, tut mir leid, mein Parfüm werde ich jetzt nicht vergessen. Okay, Leute. Nein, ich hab vergessen, die einzupacken. Was hast du vergessen? Jetzt hab ich so ne Knirschiene nachts, weil ich knirsch oft mit den Zähnen. Die ist eigentlich hier drin. Ja. Ich merke nur gerade, ich hab vergessen, die einzupacken. Shit. Natürlich einen Kamm zum Haaremachen. Haarwachs. Loll, ist das nicht dein eigenes? Ich hab das doch gar nicht mehr. Echt nicht? Shit. Hornstäbchen, Deo, Tagescreme. Ganz wichtig, Leute. Kann ich sehr empfehlen. Immer wichtig, achtet auf eure Haut. Morgens und abends benutzt ihr mal Tagescreme. Sonst habt ihr so ein Burger-Pommes-Gesicht mit Fettflecken wie ich. Dann packt mir meine Freundin immer noch so ein Erste-Hilfe-Set ein. Was krass. Da ist immer so alles drin, falls irgendwas man isst. Also Aspirin-Komplex, falls man krank wird oder keine Ahnung was. Ach und. Biggest Flex. Jetzt kommt. Biggest Flex. Feuchtes Toilettenpapier. Ey, das ist Meta. Ich sag euch, wieso ist das so? Das ist Meta, ich schwör's dir. Leute, ich kann nicht ohne Feuchtes Toilettenpapier aus dem Haus gehen. Ey, ich verstehe das. Das muss sein. Okay, sehr cool, Leute. So, Leute. Max zieht dich ja um. Max, dusch mal in Ruhe. Mach mal fertig, ne? Ja, okay, mach mal. Leute, ich hab hier sein Handy. Ich klau das jetzt. Und dann schmeiß was runter. Max, ich nehm mal kurz dein Handy. Ich guck kurz was, ne? Ja, du willst doch nicht. Du kennst doch den Code gar nicht. Ja, ich mach nur mal ein paar Storys, ein paar Fotos so mäßig. Ich mach ein cooles Foto von meinem Balkon, ne? Ja, mach ich. Ja, mach ich. So, Leute, let's go. Ich warte gleich, bis er kommt und dann tue ich das so mäßig runterschmeißen. Max, wenn du gleich fertig bist, komm mal her, wir machen ein Bild zusammen. Ja, ich guck. Okay. Ich hab mich umgezogen. Hier, Max, halt mal kurz. Ich mach mal ein Selfie von mir mit deinem Handy, ne? Ja, ja, ja. Du kannst auch ruhig mit drauf auf dem Bild. Ja, warte. Ich glaub, da ist nass auf dem Boden. Ja, ja, sonst mach ich ihn kurz alleine. Mach du. Ich hab hier kurz dein Handy, ne? Ja, aber so krass ist die Aussicht ja hier gar nicht. Wenigstens hast du coole Merch an. Hä? Oh! Ey, bist du doof? Ich wollte einen Boomerang machen. Hä? Bro, bist du dumm, Alter? Ich hab einfach dein Handy runtergepuffen. Ich wollte einen Boomerang machen. Hä? Gib mal kurz. Ist das Handy kaputt? Ja. Oh mein Gott. Ja, Marvin, ganz ehrlich, kannst gucken, wie du reinkommst. Ey, Max, lass mich wieder rein. Hallo. Leute, ich glaub, Max ist jetzt richtig sauer. Oh mein Gott. Shit. Leute, Max, dein Auto-Handy ist kaputt. Max, lass mich mal wieder rein. Ey, bist du dumm, warum gehst du mein Handy runter, Alter? Ja, ich kauf dir ein neues iPhone. Alter, ich brauch's doch jetzt. Ja, wenn du willst, du kannst mit meinem ne Story machen. Was für Story machen? Ich muss doch meine Videos einstellen und alles. Ja, lass da erst mal runter. Vielleicht geht das noch. Komm, wir gucken mal. Das hat voll geknallt, als ob das noch funktioniert. Geht's noch? Okay, Max, komm, wir gehen mal runter. Ich kauf dir sonst ein neues. Ja, als Freund braucht man keine Freunde. Ey, es tut mir leid, Max. Jetzt sei nicht sauer auf mich. Oh. Ich weiß gar nicht, wie ich mir jetzt mein Video so einstellen soll. Ja, komm, komm, wir gehen erst mal runter. Beruhig dich erst mal. Komm, Leute, wir gehen erst mal runter. Vielleicht geht's noch, Max. Guck's dir erst mal an. Gehen wir runter? Okay. Let's go. So, Max, jetzt guck erst mal, ob dein Handy noch heile ist. Alter, du hast das voll runtergeworfen. Nee, ich hab das nicht runtergeworfen. Wo ist denn das iPhone? Hier. Hier ist dein iPhone. Hier, Max, guck dir das mal an. Ey, was ist das? Man ist ja völlig zerstört. Hä? Das ist doch gar nicht meine Farbe. Das ist doch gar nicht meins. Ja, ich hab dich geprankt. Hier ist dein iPhone. Alter, ey. Das ist nur ein Dummy gewesen. Alter. Ey, Junge. Mit dir braucht man echt keine Feinde mehr, Alter. Ja, tut mir leid. Leute, lass uns doch oben da ein kostenloses Abo. So, Leute, wir sind jetzt hier abends noch essen. Und natürlich, ihr wisst ja Bescheid, was es hier gönnen wird, ne? Der Burger. Natürlich müssen da die Pommes drauf. Ihr kennt das, Leute. Immer Burger Pommes essen. Max gönnt sich heute auch, aber er isst kein Burger Pommes. Er sündigt heute. Nicht nett von dir, Max. So, Leute. Wir essen hier noch. Dann würde ich sagen, das war's. Ciao, haut rein. Ich gönne mir das jetzt. Hashtag Burger Pommes in die Kommentare, Leute. Checkt unbedingt Max ab. Ciao, ciao.